Das Thermometer steigt, aber dennoch muss die Arbeit im Büro verrichtet werden. Da muss dann auch das Outfit sitzen. Luftig und nicht zu warm muss es sein. Dennoch gibt es im Büro ganz klare Regeln. Wie kurz darf der Rock sein? Die Do's und Don'ts sollten in jedem Fall beachtet werden. Zu empfehlen sind leichte Strick-, knitterarme Shirts und lässig fließende Tunikas, am besten oversized. Die eignen sich am besten an den heißen Tagen. Auf eng anliegende und körperbetonte Outfits sollte man gänzlich verzichten, da diese am Körper kleben und man viel zu sehr schwitzt. Bei den Materialien wirken Viskose und Seide kühlend. Leichte Pullis und Cardigans oder ärmellose lange Westen sind modisch und dennoch businesslike. Statt eines Blazers geht auch ein edler Blouson. Verzichten sollte man definitiv auf rückenfreie Tops und zu tiefe Ausschnitte. Aber auch grelle Farben oder auffällige Prints gehören eher in die Rubrik Freizeit.